Heute startet in ganz Sachsen der Unterschriftenstart zum längeren gemeinsamen Lernen. Wir sind heute hier in Leipzig und haben schon einige Unterschriften gesammelt, damit die Gemeinschaftsschule in Sachsen endlich möglich ist. 40.000 Unterschriften sind nötig, damit sich der Landtag damit befasst, längeres gemeinsames Lernen zu ermöglichen. In unseren grünen Büros in Leipzig können Sie Unterschriftenlisten abholen oder auch direkt unterschreiben, um dieses Vorhaben möglich zu machen.